Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Darkness. Darkness kennst du nicht, ich auch vorher nicht. Masters of Malt kenne ich dort aus UK, die geben auch That Boutique Whisky raus und die haben einfach mal gesagt, wir wollen einfach mal Abfüllungen haben, die für drei Monate in ein PX-Oktave tatsächlich dort nachreifen. Also eine Oktave ist 50 Liter, normalerweise sind Sherry Bud 500 Liter, also ein Zehntel davon, viel, viel mehr Holzkontakt und dadurch ergibt sich einfach mal eine geniale Schnelle in drei Monate. Wow, ein Punch hier und die haben tatsächlich ein Darkness rausgebracht, Ben Riach, also eine neun Jahre alt, 58,7 Prozent, das heißt immer Single Cask, das heißt hier immer Fassstärke, 72,90 Euro für einen halben Liter ist schon abditioniert und da gab es insgesamt 101 Flaschen, 0,5 Liter. Whisky Base Nummer habe ich leider nicht gefunden, das gab es schon bei Vic auch zu finden, deshalb der Preis 72,90 Euro und jemand anderes es hatte für 69,90 Euro, so ist das. Ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet, ich werde einfach mal gleich in petto hier halten, was ich denn von Whisky Evening bekommen vom André, ein Ben Riach Triple Distilled mit PX Sherry mit 56,1 Prozent, allerdings nicht neun Jahre alt, sondern 16 Jahre alt. Vielleicht ist das hier der gleiche Liga. Nase? Boah, ist das aber intensiv hier. Mann, da ist viel, 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 viel Vanille. Ähm, ups, ich dachte, ich hätte schon das zweite Glas hier gehabt. Ähm, da müsste ich praktisch hier dieses Zusammenmixen mit dem, ähm, Virgin Oak und dann komme ich ungefähr dahin, wo ich will. Oh, die sind nicht so weit auseinander. Doch, die sind dicht beieinander, wow. Also die Flasche liegt hier 0,7 bei, das war 98 Triple Distilled PX, also ich würde sagen 140 Euro. Hier sind bereits die Hälfte davon, allerdings statt 0,7 0,5 da drin und neun Jahre alt, Ben Riach. Also Ben Riach ist für mich die Distillerie, der so irgendwie, ich musste der einfach ein ganz normaler Ex Bourbon da haben, aber der, die haben wahnsinnig viel mit, ähm, fast finisches experimentiert, die haben wahnsinnig viel damit experimentiert, auch mit Torf und so weiter, um ihre Grund Distillat ein bisschen mehr Umstil zu geben. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Nun, ähm, Billy Walker hat damals Ben Riach aufgekauft. Später, dann kam tatsächlich hier Glendronach dazu. Ich glaube, umgekehrt, Glendronach war zuerst und danach war Ben Riach. Und dann haben sie die Glendronach dazu genommen. Die drei haben sie verkauft und dann hat Billy Walker einfach gesagt, ich kann nicht so in meinem, ähm, Rentendasein machen und hat dann da Glendronach gekauft, wegen seiner Einzigartigkeit. Ähm, zeitgegeben ein Glas, sehr, sehr schokoladige Rosinen halte ich mit Vanille, aber nicht etwas, was überladen ist. Genauso, allerdings weicher, runder. Ein bisschen eleganter. So, Darkness. Mit Ausrufezeichen, bitte. Ben Riach, neun Jahre alt. Wow, paar Umdrehungen schon. Haha, ich vergesse das manchmal. Ähm, ich vergesse das nicht. Ich vergesse, dass manche Whiskys, weil die Junge sind, boom, also die drucken, die haben Pfeffer, die sind schieben an. Einfach, wenn man gewöhnt ist, wenn er 16 Jahre alt, Fahrstärke am Mund zu haben, denkt man, lecker, hm. Und dann kann man zu einem neuen Jahr denken, okay, wow. Hm. Der hat schon ordentlich Dampf da gehabt. Hm. Der Geschmack, der blieb, war schön. Gehen wir trotzdem einmal hier rüber zu unser Ben Riach. Auch 56, 1%. Hm. Mhm. Ha. Verglichen hiermit ist das eine alte, schöne, delikate Dame, die allerdings, ähm, ihr Leben lang Rosin gegessen hatte. Rosin, Sultan, Crane Boulay, also eine gewisse Richtung geht dieser PX-Fast und der bleibt dabei. Wow, da ist kaum eigene Momente drin. Wasser würde ich hier mit ein bisschen arbeiten schauen, ob der Darkness für mich hier sich entfalten kann oder ob er dunkel ein Geheimnis bleibt hier für mich. Ich muss schon sagen, meine Geschmacksnerven haben darunter gerade vorhin ein bisschen gelitten, also als ich das hier rüber ging und das schmeckte, machte ich nichts. Also kein Alkohol mehr. Moment, die hat gute Arbeit geleistet, hier alles To blow out my taste buds. Diese Sack hat schon viele meine Geschmacksnerven K.O. geschlagen. Darkness Ben Riach, neun Jahre alt. Jetzt mit Wasser. Mehr eine schokoladige, ich krieg Sellerie schon wieder. Warum? Also ich weiß noch, Pat Hothack hat mich bei irgendeinem Whisky Video habe ich Sellerie mit Teppich und hat gesagt, sein Geschmacksnoten werden wahnsinnig komisch meine übertreffend sein beim Weiten zum Glück oder leider. Aubergine. Ich habe noch nie in meinem Leben Aubergine beim Whisky gesagt, aber ich kriege Aubergine. Eggplant, Aubergine. Wahnsinn. 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 Also. Ich glaube, deren Online-Webseite sagt, wer nach Delikate und Komplexen und irgendwie Nuancen schaut, ist hier genau richtig. Bei uns gibt es nur volle Dröhnung. Und das muss ich hier sagen, der Trotz mit Wasser ist das die volle Dröhnung. Wow. Also ich hätte gerne einen alten Whisky von denen da, wobei die drei Monate in dieser 50 Liter Fass war hier für den Ben Riach, neun Jahre alt, beinahe zu viel. Ich krieg nur Sherry, 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 Sherry und darunter ein bisschen was. Also ein bisschen Melone, ein bisschen Malz und so weiter, aber Sherry, 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 Sherry. Und mein Mund brennt und meine ganzen Geschmacksnerven sind hier ein kleines bisschen in der Dunkelheit K.O. geschlagen. Aber ich will mehr, denn da schmeckt ich richtig cool. Hmm. 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 PX. 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 Donker Schokolade. Auberginen. Gekochte Aubergine, übrigens. PX. Leicht in der Pfanne sortiert. Also frittiert, besser gesagt. Gut. Also absolut gut. Ein 3 Plus ist der. Allerdings der ist schon Hammer. Also der haut einen fast um. Preislich. 72,90 Euro für eine halbe Liter Flasche. Ah. Das Zeug hier kriegt man für eine ganze Liter. Ah. Eine ganze Liter. Eine ganze 0,7 Liter. Also für weniger als das. Ähm. Natürlich Darkness ist ein Single Cast Abfüllung. Das nicht. Das gibt Batches und so weiter. Aber bei der Ben Riachs 9, da kommt der Charakter der Distillerie gar nicht auf meine Zunge an. Der ganze Nachreifung haut alles andere einfach mal um. Und das ist schon fast schade. Beziehungsweise einfach ein bisschen zu viel. Ja. So. Meine Frage des Tages ist. Wer hat überhaupt irgendetwas von Masters of Malt schon im Glas gehabt? Ob eine eigene Abfüllung, sagt Boutique Whisky Company. Oder auch jetzt hier Darkness. Und wenn ja. Irgendwas von Darkness. Bitte aufschreiben. Was und wie es dir geschmeckt hat. Ich muss schon sagen. Der hat einen fast K.O. geschlagen. Der ist schon richtig heftig. Wer das will, ist hier richtig. Aber. Mhm. Ich merke jetzt. Ich bin ein bisschen der Vertreter. Bloß nicht miteinander kämpfen. Und das ist das, was er will. Mit einem Kämpfen und einem K.O. schlagen. Und einen in die Dunkelheit zu schicken. So. Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners liken. Abonnieren auf meine Sample-Liste. Schauen unten. Und auch denn da könnt ihr gerne einfach mal anhauen. Whiskyjason.gmail.com Und wir sehen uns jeden Tag um 17.30 Uhr. Beziehungsweise dann dort am Sonntag zum Whisky Livestream um 21 Uhr. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.